Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, ich bin Christine Brandt, ich habe dieses Buch geschrieben, blind, in dem ein blinder Mann einen Schrei hört, ein Verbrechen und keiner glaubt ihm. Ich werde Ihnen das Buch vorstellen am Harper-Festival am 15. September und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind.